Okay, wir gehen gleich durch das Tor. Ich schaue nochmal ganz kurz hier drüben, ob hier nicht noch irgendwas in der Ecke ist. Oh, hi! Bam! So, können wir gleich im Vorbeigehen machen. Aha! Auf wen schießt ihr, Leute? So, den will ich mal kurz hier noch nehmen, den Jäger. Auf wen haben die gerade geschossen? Aha! Wartet mal, wenn es hier weitergeht. Wenn es hier weitergeht, schaust du mal ganz kurz hier drüben. Ich dachte, hier wäre ein Tor, durch das wir gehen müssen. Ach nee, das ist zu. Siehste mal. Okay, dann war das ja schon tatsächlich der Weg, über den es weitergeht. Dann kommt mal hier zwei Hübschen. So, wollen wir doch mal schauen. Carriga muss also gerettet werden, wie es scheint. Ach, hier liegt ein toter Quarianer rum. Der wurde gerade also erschossen. Hier spricht Commander Shepard von der Normandy. Können wir irgendwie helfen? Stellen Sie Ihr Gerät auf Kanal 617-3. Wir waren in geheimer Mission unterwegs. Sehr riskant. Wir haben zwar gefunden, was wir gesucht haben, wurden aber von den Gath entdeckt. Wir haben uns in die Enge getrieben. Wir können nicht zu unserem Schiff und wegen der Solarstrahlung auch keine Daten übermitteln. Was ist der Status Ihres Teams? Wie viele sind noch übrig? Wir waren ein kleiner Trupp. Ein Dutzend Marines plus das Wissenschaftsteam. Wir sind nur noch die halbe Mannschaft. Aber die Mistkerle haben dafür schon Türen bezahlen müssen. Was hat Sie so tief ins Gebiet der Gath verschlagen? Da fragen Sie den falschen Schiff. Ich zähle nur und drücke ab. Es hat was mit der Sonne zu tun. Sie erhaltet irgendwie schneller als sie sollte. Ein Energieproblem oder so. Eine Idee, wo die Gath herkam? Ein zieler Patrouillenschiffe hat uns entdeckt. Ihre Landwirtschaftschef verließen Gath auf uns runterregnen, bevor wir uns abseilen konnten. System steht unter Gath-Kontrolle. Wir wussten, dass Sie regelmäßig die Milamäten aussuchen. Haben gehofft mit reduzierter Strahlung, würden Sie uns übersehen. Müssen wir befürchten, dass die Gath Verstärkung schicken? Ich glaube nicht. Ihr Patrouillenschiff ist noch nicht wieder gestartet. Die Strahlung blockiert jede interplanetare Kommunikation. Wie ist die Lage bei Ihnen? Wir können in Kürze da sein. Gehen Sie es langsam und vorsichtig ab. Direktes Sonnenlicht grillt Ihre Schilde. Sind auf der anderen Seite des Tals im Basisgabe. Machte Talien im Versteck. Endert zurück und halte das Nadelhör zu ihr. Talien sicher wegzubringen, ist unsere wichtigste Aufgabe. Wenn Sie sie rausholen, halten wir den Feind von Ihnen fern. Können Sie bestätigen, dass die Gath Talien noch nicht erreicht haben? Bestätige, habe meine Männer bei ihr gewissen. Wenn Sie hier sind, können Sie aber kommen und hier sprechen. Eine Marine auf diesem Felsen hat gesporen, Talien zu beschützen. So lange noch eine von uns halten, wird es sehen Sicherheit. Sie wollen sterben für ein paar Forschungsergebnisse? Negativ. Werfe mein Leben für die Migrantenflotte weg. Ein gewöntiger Unterschied. Ich bin kein Tech-Experte, sondern ein Marine. Wenn man mir sagt, ich soll schießen, dann schätze ich. Mein Befehl ist Talien und die Daten zu schützen. Wenn Sie sich rauskriegen, ist der Auftrag erfüllt. Position halten, wir fallen dem Feind in den Rücken. Moment, passen Sie auf Ihren Arsch auf. Da ist ein Landungschiff im Einflug. Nee. Nett. Machen wir. Warum sollte es auch mal einfach sein? Schöppert, ich habe das Gebiet gescannt und die Sprengladungen geortet, die der Quarianische Commander erwähnt hat. Legen Sie es auf mein Radar. Ist erledigt. Sie brauchen beide Ansammlungen von Ladungen, um den Schutt zu entfernen. Gut. Ich will aber nicht so vorpreschen hier, weil hier definitiv Gegner kommen. Allerdings weiß ich nicht, wann die getriggert werden. Geh mal ganz kurz hier rein. Okay, hier kommen wir gar nicht durch bei dem Ding. So, mal die Säule untersuchen. Und der Typ am Funkgerät sagt er bei der Sprengladung. Wo? Warte mal, wo? Hallo? Bringen wir uns mal in Sicherheit. Ich sehe sie gar nicht, die Typen. Aufpassen! Auf jeden Fall nehme ich mal, dass ihr Video bei der Gelegenheit gleich mit. So. Der Typ macht sich in rechts und... Oh, okay. Braucht er gar nicht mehr hier noch irgendwie... Die kriegen das alleine hin, die Jungs. Das ist schön. Falsche Attacke. Hat seltsamerweise extrem viel Wirkung gezeigt. Die halten nicht viel aus, zahlsamerweise. Gut. Da vielleicht nochmal eine drauf. Schön. Sag mal, ich treffe den nicht. Okay, erstmal den hier vorn. Oh, ja. Bitte mal schnellstens drauf. Und gleich noch einen hinterher. So, dann haben wir den schon mal weg hiervon. Erstmal die Großen. Das sollte immer der Grundsatz sein. Ich glaube, ich habe getroffen. Hier, bleiben wir mal dabei. Mal mit der Biotik, um uns zu feuern. Wie ein Berserker. Okay. Die Stellung wäre schon mal gereinigt. Sie brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszunahme zu rekonstruieren. Aber unsere Ausrüstung lässt uns ständig im Stich. Die Batterien auf der Jungen zum Entfernen von Gorill ein Minenlaser benutzt. Vielleicht kriege ich sowas ähnliches mit Sprengladung hin. Ach ja, wie schön. Sie erinnert sich an die guten alten Zeiten. So, nehmen wir nochmal kurz hier alles aus der medizinischen Abteilung mit. Wir brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszunahme zu rekonstruieren. Ah, jetzt startet ihr es nochmal. Okay. Neuer Besuch. Wie schön. Dann sollten wir erstmal den Kommandanten-Hops nehmen, würde ich sagen. Und dann können wir uns um weiteres kümmern. So. Was sendet der mir denn hier aus? Okay, sehr gut. Erstmal auf den da hinten weiter. So. Geht doch. Hat er gleich schon automatisch... Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ja, der hat tatsächlich schon automatisch die neue MP ausgerüstet. Das finde ich sehr schön. Denn die alte war doch nicht so praktikabel, muss ich sagen. Die neue ist viel cooler. Hi. Heute schon überlastet wurden. Gut, okay. Haben wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Wir müssen... Achso, das war bloß die Säule. Wir müssen, glaube ich, nach unten weiter. Wird aber ein geringfügiges Interesse dafür zeigen, was denn da unten zu finden ist. Kann ich nämlich gerade nicht beantworten. So. Versuchen wir es nochmal mitwerfen. Vielleicht auch auf den richtigen. Das wäre schön. Wenn du tatsächlich den Verwüster weghauen würdest. Wenn du jetzt so nah beieinander stehen kannst du mal mit einer Singularität probieren. Das hat er mir getan. Gut. Oh, nicht so gut. Hat er wieder den falschen anvisiert, der Rost. Schön. Und unten bleiben. So, den noch weg. Und dann müsste es noch einer sein, oder? Kurz nachgeladen. Ne, offenbar ist es ja alle schon weg. Dann schaue ich mal ganz kurz oben nach. Ja, ja, ja. Ich verpisse mich ja gleich. Es ist gar zu unmöglich, genaue Solarmessungen durchzuführen. Die Strahlung zerstört ständig unsere Geräte. Die Sonne dürfte sich nicht so verhalten. Noch vor wenigen Jahrhunderten war sie stabil. So schnell sterben Sterne nicht. Das ist richtig. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Schauen wir mal ganz kurz hier oben. Ist hier irgendwas? Ne. Ist gar nichts. Okay. Weg, 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 weg. Ich muss mal hier... Ja, nein, nein, nein. Nicht doch. Nicht doch. Du darfst schon den Gang langrennen, bis wir in Sicherheit sind. So. Schon besser. Ist ja gut. Hier vorne ist doch bloß noch ein kleines bisschen Restsonne. Warte mal, wieso sollte ich die Läden öffnen wollen? Nö. Eigentlich nicht. Ach komm, was soll's. Gönnen wir uns den Spaß mal. Bringt mir das was? Okay, ich kann es natürlich von hier oben aus runterschießen. Wahrscheinlich ist das einfach dazu gedacht, dass man mal den Gegner ein bisschen flankieren kann. Aber das hat sich ja jetzt sowieso erübrigt, weil die Gegner schon weg sind. So. Jetzt müssen wir bloß noch die Sprengladung finden. Sollte doch irgendwo hier... Erstmal nehmen wir das Iridium mit. Ja, damit. So, jetzt sollten wir mal schauen. Ach, hier unten drin wahrscheinlich. Ja. Energiezellen-Sprengladung. Genau. Alles eingesackt. So, und dann können wir uns doch mal ein bisschen krachen lassen. Nachdem wir die Gegner, die jetzt wahrscheinlich wieder angeschissen kommen, weggeräumt haben. Natürlich. Ein hilfsches Empfangskomitee. Oh, schau mal einer an. Da oben gibt's ein paar Raketenschützen. Sollten wir uns erst mal um die kümmern vielleicht. So, einmal hier. Ja. Nicht auf den. Oh, sorry, Gareth. Ja, tut mir leid. Du sahst gerade aus wie ein Gath. Kann ich auch nichts für. Der Beschuss ist zu stark. Wenn wir noch eins gehen, kommt ihr zu uns ab. Ja, ich könnte natürlich nach links gehen und die flankieren, aber weiß ich nicht. Ich finde eigentlich die Position gerade nicht so übel. Es geht. Es hält sich in Grenzen, der Widerstand. Also, wenn's nicht mehr wird, dann bleib ich lieber hier. So. Geht noch. Oh. Deckung hätte geholfen, ja. So, da ist der auch weg. Und dann ist der Widerstand doch vorbei, oder? Sieht so aus. Gut. Haben wir aufgeräumt. War doch gar nicht so schlimm. Scheiß auf irgendwelches flankieren hier. Das brauchen wir überhaupt nicht. Dann veranstalten wir mal ein kleines Sprengfest. Und Ladungen sind scharf. Weg hier, sonst baust du das. Ja, ja. Machen wir. Gehe in Deckung. Nehme Deckung. Gut. Hat funktioniert. Und damit sollten wir jetzt den Weg zu Tali freigesprengt haben, oder? Auf jeden Fall sind wir mal aus der Sonne raus. Leute? Kasumi muss sogar schon über das Funkgerät durchsagen, weil sie nicht mehr in Hörweite ist. So, ist Tali hier? Hey, süß. Wollen wir mal kurz ein bisschen für Ruhe sorgen hier? Schädig der Gap. Hier sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld. Quarianische Architektur. Diese zwei Worte hört man heutzutage selten zusammen. So weit hinter den Linien der Gap. Hoffentlich haben die Quarianer bekommen, was sie gesucht haben. Gut, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal ein bisschen auswerten, was hier am Boden rumliegt. Damit lässt sich was anfangen. Oh, schön. Das stimmt. Ich muss da mal ein bisschen erforschen gehen. Dann müssen wir dann mal wieder... Ja, ich soll mal ein Basislager. Komm, Basislager. Gleich. Unsere Vorfahren sind ohne Kopfbedeckung durch diese Hallen geschritten. Die Sonne muss damals ganz normal gewesen sein. So viel Platz. Steinmauern. Ganz erstaunlich. Ich wünschte, meine Freunde könnten das sehen. Ich wünschte, Shepard wäre hier. Bin ich. So, aber bevor wir an die Konsole gehen, will ich nochmal ganz kurz alles hier auswerten, was wir haben. Die Tür ist natürlich noch zu. Die wird sich gleich erst öffnen, wenn Tali sich drum gekümmert hat. So, ansonsten haben wir noch das Tagebuch, den Safe. Noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Kann nicht schaden, noch ein bisschen was abzufassen. So war das hier? Ja. Komm, Basislager. So, das sind die. Okay. Mal kurz schauen. Ja. Und der noch. Gut, kein Problem. Noch mal schnell 6000 eingesagt. Waffenspint brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich schaue nochmal ganz kurz. Tali, Zora und Basislager. Ja, die hat die M9 auch schon in der Hand. Wir müssen dann auch mal irgendwann die Mission für Kazumi machen. Da kriegen wir nämlich auch eine MP, die richtig gut ist, wenn ich die richtig, wenn es richtig in Erinnerung habe. Hallo? Ist da jemand? Tali, hier spricht Shepard. Tut mir leid, aber alle hier sind tot. Die Überlebenden müssen sich zurückgezogen haben. Wir wussten, dass diese Mission sehr riskant war. Verdammt. Und was tun Sie hier, Shepard? Wir sind mitten im Gebiet der Gath. Ich war gerade in der Gegend und dachte mir, ich könnte Ihnen ein wenig zur Hand gehen. Danke fürs Kommen, Shepard. Es freut mich sehr, Ihre Stimme zu hören. Carl Rieger und die verbliebenen Marines haben mich ins Observatorium gebracht. Von ihrer Position aus durch die Tür und über das Feld. Ich habe die Daten, die ich wollte und bin im Moment sicher. Aber draußen sind ziemlich viele Gath. Was für Forschungsdaten haben Sie gesucht? Es geht um die Sonne dieser Welt. Sie altert schneller als sie sollte. Ich erzähle Ihnen mehr darüber, sobald weniger Gath auf uns schießen. Würde es helfen, wenn ich die Normandy herhole? Ich bezweifle es. Diese Gebäude sind Jahrhunderte alt. Wenn Sie sie unter Beschuss nehmen, bricht die komplette Anlage über uns zusammen. Ist noch jemand bei Ihnen oder sind Sie allein? Eine Gruppe von Rieger's Marines hat mir Feuerschutz gegeben, als ich zum Observatorium gelaufen bin. Einige von Ihnen müssten noch am Leben sein. Ich kann hören, wie Sie draußen auf die Gath schießen. Jemand hat anscheinend die Tür für die Gath versiegelt und die Konsole ist beschädigt. Können Sie sie von Ihrer Seite aus öffnen? Warten Sie mal. Ja, das geht. Jetzt. Sie müsste jetzt offen sein. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Und bitte tun Sie ihm möglichstes, damit Rieger am Leben bleibt. Machen wir. So, dann wollen wir uns mal beeilen, dass wir zu Tali kommen. Das klingt nicht, als ob sie wirklich in Sicherheit wäre dort in dem Observatorium. Das klingt eher, als ob die Quarianer, die ihr Deckung geben, momentan noch bald platt sind. Und dann wird es wahrscheinlich auch für Tali gehen. So, da könnten wir vielleicht auch mit Überlastungen rangehen. Bei den kleinen Dingen. Boah, hast du gerade wirklich die Überlastungen in die Wand gehauen? Du bist ein Wurz. So, machen wir das halt mal kurz. So, erstmal die kleinen. Ausnahmsweise mal. Normalerweise ist er ja immer zuerst die großen. Nee, das war ich. Steck dir mal nicht die Lorbeeren ein hier für Sachen, wie ich gemacht habe. Okay, das war sinnlos. Also Kazumi, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber du bist gerade voll in seinen Sperrfeuer reingehen. So. Ich kann ihm auch mal sowas entgegenwerfen. Da muss es nicht zielen zu. Wenn der still stehen bleibt, dann geht das. So, geht das auch so? Ich weiß es gar nicht. Scheint so. So. Ich glaube, das funktioniert irgendwie. Aber vielleicht machen wir es mal auf die herkömmlichen Methoden. Wir gehen einfach mal rechts rum. Und überbrücken mal die Strecke zu ihm. So. Wir müssen doch gleich wieder so ein paar Drohnen an... Ja, natürlich kommt da wieder ein paar Drohnen an Geschissen. Oh. Waren nicht gerade wenige, muss ich sagen, ne? Du sollst dich nicht tarnen, du sollst Überlastung machen. Ach, Mädel. Na gut, räumen wir die jetzt mal weg. Ich meine, die sind zwar nervig, aber keine wirkliche Gefahr jetzt. Wenn wir ein bisschen in Deckung bleiben, dann können wir einen nach dem anderen weghauen. Problematischer wäre es, wenn jetzt die Gäste noch zusätzlich gekommen würden zu den Drohnen dazu. So muss es sein. Okay. Die ist weg. Okay, es sind aber immer noch welche, die kommen. Ach, Gareth. Ich dachte gerade schon. Du siehst manchmal aus wie ein Gath, Gareth. Muss ich mal so attestieren hier. Oh, schön. Ein Kommandant. So, dann gehen wir aber vielleicht mal wieder... Na, nicht doch, nicht doch, nicht doch. So, dann gehen wir vielleicht mal wieder zurück und in Deckung, wollte ich sagen. Das hat dann auch extremst gut funktioniert. So, hätten wir den schon mal weg. Und mit dem Leben geht es auch wieder. Das heißt, wir können weitermachen. Gut. Ja, so muss es sein. Ich hoffe mal, die Kommandanten halten sich jetzt ein bisschen zurück. Ich will jetzt nämlich nicht mehr in Deckung gehen. Ich will eigentlich ganz cool jetzt hier vorfraschen. Vielleicht sollte ich meinen Plan aber nochmal überdenken. Ja, ich überdenke ihn nochmal. Wir gehen nochmal hier hinter. Da könntest du ja mal probieren. Das Blöde ist halt, der Fund ist auch keine wirklich gute Deckung, ne? So, haben wir es dann jetzt. Können wir weitermachen. Schön. Hier war doch gerade noch einer. Hallo? Ich habe doch gerade noch einen Gegner hier gehabt. Hallo? Wer weiß. Ist mir auch egal. Wir ziehen weiter. Komm, wir gehen mal hier in den Schatten. Oh, ist die Sonne hell. Wahrscheinlich ist die Sonne nicht bloß hell, sondern auch sehr schmerzhaft. Gut. Hier möchte ich nicht ohne Sonnencreme rumlaufen. So, haben wir das schon mal geschafft bis hierhin? Ich glaube, wir kommen aufs Ende zu. Viel dürfte jetzt eigentlich nicht mehr sein hier in der Welt. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich so zu den Endgefechten hier. Und dann das und das. Das und das. Und die beiden. Gut. Alles klar. Wir haben hier die Sicherheitsanlage. Dann würde ich sagen, die Abriegelung heben wir mal auf. Oh Gott, mein Koloss. Juhu. Runter! Sau위. Ganz skin? Ja. Wir sind 20. Wir haben hier eigentlichen sanct unanimat można zu begegeln. fois gle Matchmäundig die Partner geschlossen. Wir sind damit losge stip Psalms. Sch Kufe napausgood, machen wollench. Vielen Dank.